Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey, ist das die DAX-Analyse für Freitag, den 27.03.2020, damit schon knapp vor Monatsende, die letzte komplette Märzwoche, die wir beenden und ich muss jetzt mal was ansprechen, was mir ein bisschen auf der Seele brennt. Und Charttechnik ist ja das eine beim Trading, Psychologie, aber der eigentlich fast noch viel wichtiger größere Teil. Und ich muss wirklich sagen, und da können Sie sich das Gesicht, wie Sie es jetzt vor sich sehen, mal so bei mir gerade vorstellen, mich irritiert hier was gerade ungemein im Markt. Ich habe Ihnen vorgestern gesagt, so wie die alle drauf sind gerade, glaube ich ja fast eher, dass wir noch Richtung 11.500 hochschießen, Sie erinnern sich bestimmt. Heute, zum Donnerstag, also für Sie jetzt gestern, ist jetzt was passiert, was ich so auffällig empfinde, dass ich es Ihnen kurz mitteilen möchte. Und zwar haben mich mehrere Personen in den letzten Tagen gefragt, ob sie Aktien kaufen sollen, ob sie ETFs kaufen sollen, was, wo, wie, ob das ein guter Zeitpunkt ist und so weiter und so fort. Grundsätzlich darf ich nicht sagen, was Sie machen sollen, kann ich nicht. Also bitte auch versuchen, in den Fragestellungen da entsprechend mit drauf zu achten. Ich bin kein Anlageberater, ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie machen sollen. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich machen würde. Ja, so, ich habe daraufhin eigentlich allen immer wieder das Gleiche erzählt, nämlich meine aktuelle Meinung zu der Situation. Haben wir ja jetzt auch im Premium-Dienst da nochmal gestern, glaube ich, ein schönes langes Mail rumgeschickt in Bezug auf das Thema. So, und nun haben mich heute mehrere, mehrere davon überzeugen wollen, dass es doch andersrum ist. Also, ich wurde gefragt, wie ich den Markt einschätze und ob ich glaube, dass er nochmal fällt und ob man vielleicht hier kaufen sollte oder ob man nicht besser bei 8.000, 5.000, 3.000 dann kauft. Habe daraufhin gesagt, naja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir zwei, drei Wochen hier noch steigen und wer weiß, ob wir dann überhaupt nochmal zurückkommen. Von daher lieber vielleicht eine erste Position rein und wenn er nochmal tiefer kommt, dann noch was hinterher. Ja, aber nur zu warten und gar nichts zu investieren, halte ich für nicht klug. Das war meine Meinung. Daraufhin haben mich jetzt mehrere zum Donnerstag versucht, davon überzeugen, aber guckt doch mal und die Nachrichten und da wird doch alles noch hier und mit den Arbeitslosen und was da noch alles kommt, wo ich schon sage, okay, pass mal auf. Also, wenn man mich fragt nach meiner Meinung und man kriegt da nicht die Antwort, die man hören will, dann braucht man mich auch nicht fragen. Also, das erstmal als solches. Aber die Tatsache, dass mich wirklich mehrere versucht haben, mich versucht haben, also denjenigen, den sie gefragt haben, wie er das einschätzt, versucht haben zu überzeugen, dass der Markt ja jetzt fallen muss und einer sogar mit mir wetten wollte, dass das nicht passiert, was ich erzähle. Also, dass er nicht weiter steigt, sondern dass er jetzt fällt. Jemand, der mit mir wetten wollte, der jetzt kein ausgebildeter, erfahrener Trader ist, sondern jemand, der gerade da eben auch durch die krassen Bewegungen da eben einen größeren Fokus momentan auf dem Trading mit drauf hat und wollte mit mir jetzt wetten. So, auch interessant. Nächster Punkt. Bei Facebook, in den Gruppen durchgeguckt, haben manche gepostet, dass sie irgendwo Aktien gekauft haben. Wie im Schwarm werden die Leute aktuell von allen anderen dazu animiert, doch die Position, jetzt zu verkaufen im kleinen Gewinn. Es wäre doch nur eine Bärenmarkt-Rallye. Man solle doch jetzt auf jeden Fall die Gewinne mitnehmen, die man hat und eben nicht länger halten. Also, ganz ehrlich, das, was ich heute an Eindrücken hier habe, ich muss sie darauf vorbereiten, dass wir auf die 11.000 springen und zwar direkt. Also, ich weiß gar nicht, ob es noch kontraindikativer geht. Jetzt weiß ich gar nicht, wie der Markt mit so einer Situation umgehen soll. Also, wenn alle so davon überzeugt sind, dass der nochmal runterkommt, dann muss er was machen, um diese Idee aus dem Kopf zu kriegen. Und das klappt in der Regel nicht, wenn er nach unten fällt. Klappt nicht, meistens. Nun können unglückliche Zustände dazu geführt haben, dass ich wirklich ganz selektiv wirklich auf die Falschen geguckt habe und dass nur wenige Ausnahmen waren. Aber tendenziell, nee, ist das dann wirklich eine allgemeine Meinung, die eben vorherrscht und die dann vorliegt. Und wenn ich das jetzt dazu ziehe, würde ich sagen, wir lassen uns nochmal das durch den Kopf gehen, was wir die letzten Tage gesagt haben, was für den Dachs am typischsten wäre. Und da haben wir gesagt, einmal hier hoch und dann hier eine Woche zur Seite, bis dann jeder davon überzeugt ist, dass wir wieder neue Altheite hochkriegen und dann nach unten abkippen. Oben eine schöne Seitwärtsphase, in der die Masse davon überzeugt wird, vielleicht kommt sogar ein Medikament in so einem Zeitraum, dass die Masse plötzlich davon überzeugt ist, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu kaufen. Das muss nicht hier sein, das kann auch höher kommen. Das kann auch eine 12.4, das kann eine 12.3, das kann 13.000 werden. Aber auf hohem Niveau zur Seite zu schieben, um die Leute abzuschütteln, um dann zu fallen, wenn das denn überhaupt im Sinne ist, vom Dachs nochmal wegzukippen. Also so rein kontraindikativ muss ich festhalten, gefällt mir das nicht, was ich gesehen habe. Diese Überzeugtheit, dass er fällt, diese Sicherheit, dieses hohe Grad an Überzeugung, dass man öffentlich mit seinem Namen dafür eintritt, andere davon zu überzeugen, Aktien zu verkaufen. Das halte ich schon für auffällig. Also das sind bei mir Punkte, wo ich so über die Jahre einfach, ich will nicht sagen, einen Regelwerk erstellt habe, wie ich damit umgehe, aber einen gewissen Sinn dafür entwickelt habe, auf solche Massenreaktionen zu achten. Auffälliges Verhalten von Marktteilnehmern, die sich sonst nicht melden. Trader, die sonst nicht aktiv sind und plötzlich die absolute Eingebung haben, den heiligen Kral, die beste Idee und das posten. Das sind so Sachen, wo ich immer wieder drauf achte und mir dann meine Sachen reime. Wenn das auf den Chart passt, nehme ich das dann oft als Bestätigung und gehe mit mehr Überzeugung in meine Setups rein. Wenn das nicht auf das passt, was ich analysiere, ist es aber durchaus auch mal so, dass ich, wenn ich sowas sehe, tatsächlich auch mal nichts mache. Weil ich sage, okay, nach Chart müsste das passieren, aber so wie die alle drauf sind, glaube ich nicht, dass das passiert. Heißt für mich, wenn der Markt zum Freitag anzieht, würde ich persönlich mitgehen. Egal, wie komisch das aussieht und egal, wie übertrieben es auch vielleicht wirkt, was er zum Freitag macht, der kann zum Freitag squeezeen. Also der kann zum Freitag Shorts vor sich her schieben. Das kann gut Dynamik aufnehmen. Da wäre ich bereit, das zu begleiten, Rücksetzer, wenn sie wieder aufdrehen, zu kaufen. Sollte der Markt zum Freitag fallen und jetzt quasi der kompletten Erwartung aller Marktteilnehmer nachgehen, würde ich persönlich nichts machen wollen. Ich würde mich raushalten. Weil ich mir gut vorstellen könnte, dass er auch nur kurz anfällt und dann weiter steigt. Und ich ihm nicht zutraue, auf Basis dem, was ich jetzt überall gelesen habe, dass er weiter fallen kann. Ich würde trotzdem entsprechende Trigger hier mitnehmen. Der Volltrottel hat jetzt hier einfach unsere Pfeile verkehrt rum gemacht. Genau wie im Vortag hat er auch schon umgedreht. Ich wollte ihn erst hoch, dann runter, dann hoch. Ist jetzt erst runter und dann nach oben. Hat aber weder die oberen noch die unteren Spannen erreicht. Aber wir machen jetzt das, wir machen jetzt erstmal die Phrase zu Ende, die ich jetzt hier angefangen habe. Wir setzen ihm jetzt hier die Trigger. Und sagen jetzt hier so, was hier jetzt unter 4,50 geht, ist Short. Was hier oben drüber geht, ist Long. Im Sinne einer weiteren Trendfortsetzung. Oben, das wird schwierig. Ich glaube, das wird schon schwierig, weil hier so viel liegt, was wichtig ist. Die 1,50 ist wichtig, die 200 ist wichtig, dieses große 38er Retracement ist schon wichtig. Aber er kann auch durchrennen. Gibt keine Garantie, dass so eine Marke nicht einfach überlaufen wäre. Deswegen schön achten, was da für eine Reaktion kommt. Wir haben die 300, alles darüber. Ich würde ihn trotzdem den Pfeil gerne durchzeichnen. Wir können ihn ein bisschen höher ansetzen, vielleicht über der 200. Ich würde unserem DAX den Raum geben, dass er hier, was weiß ich, bis, ohne Mist, hier vielleicht an die Gap-Kante. Heute, das wäre für einen Freitag vielleicht nicht zu krass. Das sind bloß 700 Punkte. 750 Punkte schafft. Dann zum Montag nochmal den Rest. Und dann von hier erstmal, ja, wie zeichnet man das jetzt? Ich würde davon abrücken, was ich da oben gezeichnet habe. Also, ich würde vielleicht mit sowas rechnen, dass wir hier an die Dings rangehen und uns das hier für später noch aufheben, weil wir müssen dann gucken, wie kommt da rein. Ansonsten, oberhalb vom Gap ist das hier oben erreichbar, ohne Frage. Also, wenn der hier oben drüber geht, über die 11.000, dann ist auch eine 11.490 auch zum Freitag, auch wenn es dann 1.400 Punkte sind, ist möglich. Also, da würde ich dann aufpassen. Und ich glaube es mir, wenn der jetzt 1.400 Punkte auf... Nee, das macht er nicht. Aber wenn er es machen sollte... Nee, das schafft er nicht. Das finde ich ein bisschen zu krank. Aber wenn er es machen sollte, dann wäre auf jeden Fall diese Denke, dass wir nochmal runterkommen, die wäre schlagartig weg. Also, es hätte schon einen gewissen Reiz. Deswegen, ich bin nicht so der Freund, jetzt einen Freitag zu shorten, aufgrund der Basis, auch wenn ich mich bestimmt ärgern würde, wenn die 200 jetzt richtig, richtig, richtig sauber kommt und nach unten reagiert, aber vielleicht dann auch später einfach einsteigen, hinterher gehen. Aber mich irritiert das so ungemein, wie die Menge so drauf ist, dass die alle davon ausgehen, dass das nochmal runterkommt. Und das ist nur eine Bärenmarktrelle. Ich weiß gar nicht, wie oft irgendjemand muss das gesagt haben. Das muss entweder in einer Zeitung gestanden haben oder ein Dirk Müller oder irgendjemand muss sowas gesagt haben. Wenn man das so oft überall liest, dass das nur eine Bärenmarktrelle ist gerade. Also, ich bin ein bisschen vorsichtig jetzt aufgrund der Stimmung. Rein technisch betrachtet, ja, wir haben jetzt hier bei 200 einen knackigen Widerstand. Der kann nach unten reagieren, den kann man auch short probieren. Das ist nicht verkehrt, dass man hier trotzdem den Short probiert an der 10.200. Aber man muss sich echt absichern, weil der kann nach oben eskalieren zum Freitag. Wenn die auch alle noch so drauf sind, wir haben eine supergrüne Woche momentan drin stehen. Wenn man Shorts unter Stress bringen kann, dann jetzt. Also dann vor dem Wochenende noch, weil keiner Bock hat auf einen 600-Punkte-Aufwärts-Scap übers Wochenende, wenn du Short drin bist. Hat keiner Lust drauf. Deswegen werden die raus müssen, wenn er anzieht. Und wenn Shorts raus müssen, wenn er den Markt anzieht, dann ist nach oben erstmal ein bisschen, dann ist Putsche drin. Dann kann Bewegung sich breit machen. Okay, das meine Erwartungshaltung. Sie haben es mal gehört, Sie haben es gesehen. Kennen jetzt meine Gedankengänge. Ich finde auch, dass hier oben weiterhin attraktiv und erreichbar. Vielleicht nächste Woche dann. Und dann hier, also vielleicht Montag gleich rein und dann zur Seite. Im Sinne einer bullischen Betrachtung. Jetzt kommen wir nochmal, was passiert aber, wenn er fällt. Wenn er fällt, wäre für mich hier jetzt tatsächlich erstmal so eine gewisse neutrale Zone. Und wenn er dann nur zur Seite schiebt, für mich erstmal ohne Ergebnis. Geht er hier unter die 450, hätte ich in erster Instanz die 200, 1,50 als Reaktionsbereich. Würde aber davon ausgehen, dass der uns dann nochmal nach oben kommt und wieder zurückrudert. Also in die Richtung. Und dann sogar nochmal das Gap zumacht hier unten. Da ist nämlich nochmal das Gap. Also irgendwie sowas in die Richtung. Das wäre bärisches Szenario für mich erst relevant. Und dann auch natürlich, wenn die Meinung weiter so bleibt, dann würde ich dem Chart hier Vorrang geben. Nach unten. Also unter 4,50 ist das hier. Da wird es wieder negativ mit Ziel auf Gap Close. Das soweit auf der Ebene. Die nehmen in Kauf, dass wir häufig Freitag schwächere Starts haben. So bis 9,30 meistens. Und dann wieder aufdrehen. Wenn wir einen grünen Freitag kriegen. Sehr typisches Bewegungsverhalten zum Freitag. Wenn der Tag im Ergebnis dann richtig gut war. Ist dann meistens ein bisschen schwächer reingestartet. Wenn er stressen will. Wenn er Druck machen will. Dann muss ein Aufwärtskipp kommen. Und dann muss es über 10.200. Wenn er das bringt. Hat er einen Freifahrtsstein nach oben. Dann gebe ich ihm keine Grenze zum Freitag. Ich würde trotzdem irgendwann Gewinne mitnehmen. Wenn ich mir Longs aufbaue. Also nicht ins Verderben hinein halten. Aber so ein Short-Squeeze darf man nicht unterschätzen. Hat man jetzt die Tage schon immer mal gesehen. Wie viel Tempo da plötzlich reinkommen kann. Das sind meine Gedankengänge für den Freitag. Wir haben auch gestern schon drüber gesprochen. Wenn der Markt über 9,9 schließt. Wäre ein Short-Squeeze zum Freitag möglich. Heute habe ich die ganzen Nachrichten hier gelesen. Die eigentlich nur danach schreien. Dass einer kommt. Ich bin wirklich gespannt. Und ich hoffe. Wir kriegen hier richtig fett Party drin. Dass sie auch schön was zum Traden haben. Und nicht so eine Rotze zur Seite hier. Wo er einfach nur rumdödelt. Und nicht aus dem Finger kommt. Das wäre schade. Gucken wir mal. Also. Ich würde einen oben Raum geben. Also. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch der Kontraindikator schlechthin. Und alle verpassen die 10,200. Ich weiß es nicht. Also. Ich muss es sagen. Weil. Das ist für mich. Ist es extrem. Aufmerksam. Also. Wenn Leute mit mir wetten. Sind es immer Grenzpunkte. Und. Ich erzähle ihnen sowas immer. Immer. Ne. Auch die Stellen. Wo ich sage. Die Leute gehen auch davon aus. Dass es steigt. Hier unten haben wir gesagt. Die Leute gehen alle davon aus. Dass die 7,500 noch kommen. Dann wäre mal eine Rückbewegung fertig. Jetzt sind sie noch viel überzeugter davon. Dass die noch kommt. Weil sie nämlich ihren Einstieg verpasst haben. Wären die long. Dann werden die nicht davon überzeugt. Dass es nochmal runterkommt. Ne. Wären die alle long drinnen. Wäre das nicht so. Und dann wird er auch nicht so schön steigen. Also. Die hat ja viele stehen lassen. Und. Die reden sich den Markt jetzt zurecht. Dass er nochmal runterkommt. Und die. Die kann er jetzt richtig cashen halt. Ne. Die muss. Die. Die würde sich oben irgendwo reinholen. Das kann hier sein. Das kann sogar noch höher werden. Ne. Und wenn die dann alle long drin sind. Dann. Dann können wir nochmal über eine 7,500 sprechen. Aber so läuft unser Dax halt einfach. Es ist ein Mistvieh. Immer wieder das gleiche. Gut. Respekt vom Freitag bitte. Äh. Könnte. Schhh. Der Tag. Der könnte es in sich haben. Ihr habt den echt. Echt ein bisschen unter Verdacht. Und ansonsten. Ja. Machen sie vorsichtig. Falls sie merken. Das. Was Martin erzählt hat. Das sehe ich nicht. Das kommt nicht. Dann nicht einfach das Handeln. Was ich gesagt habe. Was aber nicht kommt. Schon auf den Markt auch acht. Ne. Wie bewegt er sich. Wie kommt er rein. Sieht man. Dass da was squeezed. Sieht man. Das zertreibt. Sieht man. Dass der Stress macht. Dann kann man davon ausgehen. Dass da mehr geht. Dass da weiter geht. Dass da kann man immer wieder rein. Ähm. Aber wenn er gar nicht mitspielt. Nur irgendwie hier so rumlümmelt. In anderen brauchen sie sich da nicht verkämpfen halt. Ne. Also. Da bitte ein bisschen mit Augenmaß. Und gesund im Menschenverstand. Das ist auch beim Trading nie verkehrt. Freunde. Ähm. Ein Hinweis noch. Der Julian. Äh. Ich sage Nachnamen nicht. Ich habe alle deine hundert E-Mails bekommen. Gefühlt. In den letzten paar Wochen. Monaten. Ich habe dir auch schon zigmal geantwortet. Ähm. Offenbar werden meine Mails nicht durchgestellt. Ich habe es von Gmx probiert. Ich habe es von Gmail probiert. Ich habe es von allen unseren Postfächern probiert. Es kommt nichts an. Auch für alle anderen. Freenet ist blöd. Wenn sie Newsletter abonnieren. Wenn sie Signaldienste buchen. Und sie haben einen Freenet Account. Können es davon ausgehen. Dass die Hälfte gar nicht bei ihnen ankommt. Das ist nicht nur bei uns so. Das ist auch bei anderen so. Hotmail. Genauso Schwachsinn. Und genauso. Also was heißt genauso Schwachsinn. Aber es ist einfach. Ich weiß nicht was die machen. Die fangen so viele Mails ab. Und lassen so viele nicht durch. Da kommt so viel immer wieder zurück. Und der dritte im Lande ist T-Online. Ja. T-Online. Die haben auch ultra krasse Mailfilter. Alles was da an mehr wie 10 Leute geht. Ist bei denen schon Spam. Sprich jemand der einen Signaldienst anbietet. Und eben. Ja. Dann auch mal ein paar mehr Leute im Verteiler mit drin hat. Oder ein paar mehr Mails am Tag rausschickt. Ist bei denen Spam. Also wenn sie sich einbuchen. Auch bei uns im Premiumdienst. Um die Mails zu empfangen wollen. Oder am besten. Sie machen gleich die WhatsApp Erweiterung mit dazu. Dann kriegen sie immer alles per WhatsApp. Dann ist egal was per Mail nicht durch geht. Ja. Aber ansonsten. Vielleicht einfach irgendwie einen Gmail Account mit anlegen. Dann kann man auch mit einem anderen sprechen. Weil das ist echt blöd. Wenn sie uns schreiben. Sie haben irgendwo ein Problem mit was. Wir antworten ihnen. Und sie kriegen die E-Mails nicht. Ist das blöd. Und mit dem Julian mache ich das Spiel jetzt für zwei Monate. Und er hat mir jetzt auch heute geschrieben. Warum er keine. Nachrichten mehr im Verteiler kriegt. Also wir haben seit 15.3. den Dienst auf der neuen Seite. Und seit 1.3. die alte Seite abgestellt. Und er fragt jetzt. Warum er die Mails nicht mehr kriegt. Also da ist ganz viel nicht angekommen. Und ich finde das schade. Weil ihr bezahlt dafür halt. Also wirklich mal drauf achten. Auch die, die eine Freenet zum Beispiel Adresse haben. Schreibt uns gern noch eine Alternative. Wir hinterlegen die dann mit. Das ist schade. Wenn sowas alles nicht ankommt. Also wir kriegen immer diese ganzen Errors. Was auch ganz fatal ist. Sind volle Mailpostfächer. Da ist Gmx immer Vorreiter. Die müssen irgendwie plus 500 Megabyte oder was offen haben. Also wer sich so Premium Sachen. Nicht nur bei uns. Auch bei anderen. Wirklich am besten irgendwie einen Gmail Account oder sowas. Da gibt es die wenigstens Probleme mit. Und das vielleicht einfach nochmal so als Hinweis. Weil das ist schade. Ihr bezahlt dann für die Sachen, die ihr gar nicht lest. Und denkt, Mensch, das ist so wenig. Reicht mir trotzdem. Aber das ist ja viel Arbeit, die auf der anderen Seite gemacht wird. Und die kommt nicht an. Das ist schade drum. Gut, alles klar. Julian, also meld dich bitte. Ruf am besten an. Gib uns eine alternative E-Mail. Mal irgendwie ein Gmail oder irgendwas. Aber wir reden offenbar sehr doll aneinander vorbei. Wir kriegen alle deine Mails, aber du rufen wir unsere nicht. Gut, alles klar. Dann. Ciao.